Du bist ja wirklich ein Arschloch. Wieso weißt du das? Das ist ja kein Arschloch. Nicht mal Sondergeparatur, die Nachbarn reichen sich alle auf. Das ist ein Arschloch erst. Immer muss er hacken. Die Teile bei 10 Millionen sind schon vergangen. Du musst da mal buchen, bei meinem eigenen Video. Ja, das schmeckt auch schon. Ich muss links und rechts belchieren. Da hast du das Blech mit reingedruckt. Da hast du das Blech mit reingedruckt. Nein. Ich kriege das Beste. Da drückst du etwas zusammen, schlägst du das Blech wieder rein. Nicht voll, dass es war, so dass es wieder zusammenkommt. Kann man nicht ohne den Dettling hängen? Nein, der hängt gut, da kannst du aufhängen. Den habe ich eh aufgehängt. Hier. Das ist immer für das Holz ab und die ist zu voll. Den Schrauben hast du gegangen? Ja? Ja. Der neben von mir einen Schrauben. Der neben von mir einen Schrauben. Der neben von mir einen Schrauben. Also das ganze ist rausgegangen. Das ganze ist rausgegangen. Vorher kannst du dir zur Post gehen, zugeschickt.